Diesen Fehler sehe ich sehr oft und machen wir alle. Es ist so leicht, sich auszurichten. Zwei Gründe. Dieser Abschlag zeigt Richtung Busch. Ganz viel Busch. Und wenn man sich ausrichtet, ist es automatisch, dass man sich zum Abschlag ausrichtet. Und dann der zweite Punkt, der Designer, der ist sehr, sehr clever. Oder die ist sehr clever. Schauen Sie mal, auf der linken Seite sind Bunker. Und natürlich wollen wir nicht dahin. Und die Bunker sind extra dahingestellt. Weil wir werden jetzt nicht dahin wollen und werden extra uns nach rechts ausgerichtet und wieder das Problem haben, dass wir wahrscheinlich eine große Chance haben, uns auszuschlagen. So, der Wind kommt ja von links. Ich werde mich auf dieser Bunker ausrichten. Und ich werde es dem Wind gestatten, meinen Ball etwas nach rechts zu treiben. Okay, so, die Seine sind sehr schlau. Die tricksen uns. Aber in diesem Fall muss ich mich auf die Hindernisse links von der Mitte ausrichten. Sie sehen, ich stehe gar nicht wieder, Abschlag. Lass mal den Drehstrahl kommen. Der Start hätte über den Bunker etwas nach rechts geflogen. Und liegt auf der rechten Seite vom Fairway. Aber im Spiel hätte ich mich jetzt nach rechts ausgerichtet, wäre mein Ball ganz sicher weg. Man kann nur mit dem Drehstrahl kommen. Und jetzt jetzt noch ein Kopf oder Druck genug was gemacht.